So liebe Leute, da sind wir wieder bei One Level Per Day. Heute wieder mit dem Squatty! Hin und her bei Super Mario Maker 51, erfolgreiche von 779 Versuchen. Und ja, Super Mario World ist am Start, hin und her. 24 Sterne hat er schon, also da hat sich schon einiges verdient der Squatty. Und ich bin echt immer neugierig, wie das jetzt geworden ist. Stern Nummer 25 kommt. Und hin und her, das ist nicht schwer. Das sieht so klassisch aus. Eine Feder! Eine Feder! Ah, jetzt weiß ich auch, wieviel die Feder ist. Hä? 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 Das kannst du doch nicht mit mir machen. Guck, Bob! Wieder eine Feder. Ah, die hätte ich da besser lassen sollen, ne? Oh nein. Oh verdammt, da habe ich jetzt hier einen riesengroßen Fehler gemacht. Wow. Komm, durch da. Und jetzt kommt hier ein Bowser-Kampf, hä? Nee, den nehm ich mit. Oh, ein Wiggler. Okay, gut, hier geht's da lang. Nein, Montemaruf. Wow. Ich hab's geschafft. Cool. Anfang war vollkommen in Ordnung. Das Ende... Aha. Das war jetzt nicht ganz so. Bin ich ganz ehrlich, Squatty. Also, da hattest du wirklich schon bei weitem bessere Ideen. Okay, ich weiß jetzt nicht, in welche Reihenfolge du deine Level bisher eingesendet hast. Aber... Anfang und so weiter, das war alles super. Wie gesagt, das Ende mit dem Flugmarkt, das nicht so. Gut. Ist aber Geschmackssache. 24 Sterne sagen was anderes. Meine Level haben noch keine 24 Sterne, daher... Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr genauso geile Level habt, unten ab in die Videokommentare. In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link, wenn ihr keinen Google-Account habt. Oder auf Facebook, Twitter und wo ich sonst überall vertreten bin. Ich sag jedenfalls ganz herzlich, danke nochmal an Squatty und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.